Elektro-Rad- und E-Bike-Spezialist Erhard Mott in Lauda bietet Pedelecs, E-Bikes mit Bosch Mittelmotorantrieb und Vitale-Elektro-Klappräder bzw. Elektro-Falträder an. Ein E-Bike-Verleih und eine professionelle Fahrradwerkstatt runden das Angebot ab. Die individuelle Kundenberatung und Betreuung und das spezielle Know-how machen den Unterschied. Unternehmen Sie eine kostenlose E-Bike-Probefahrt. Unternehmen Sie eine kostenlose E-Bike-Probefahrt.